Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserem Karlchen Knack Video. Karlchen Knacks und Professor Kabooms gemeinsamer Überfall. Mal sehen, was passiert. Damit werde ich es Professor Kaboom heimzahlen. Für die Aktion mit dem Schaum gibt es bittere Rache. Wart nur ab. Ich habe mir was richtig Schönes für dich überlegt. So, hiervon noch, davon und hiervon noch ein wenig. So, okay, jetzt noch ein bisschen Tabasco, extra scharf natürlich und rein damit. Okay, das sollte reichen. Aber Flasche ist sowieso leer. Karlchen! Was? Was ist denn los, Liebling? Komm sofort hier hoch. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Okay, noch ein bisschen schrauben, ein bisschen hämmern. Und nun der letzte Feinschliff mit dem Schweißbrenner. Opa! Hala, was ist denn los? Ich habe keine Zeit. Ich arbeite hier an dem neuesten Streich für Karlchen... Äh, an meiner neuesten Errungenschaft. Komm bitte ins Wohnzimmer. Ich habe etwas zu besprechen. Oh je, oh je. Mein Leben sagte mir, wenn Frauen was besprechen wollen, dann ist es ernst. Was soll denn, Miss Carla? Warum muss ich zusammen mit diesem Opa hier sitzen? Wie bitte ich, ein Opa? Was fällt dir ein, du respektloser Bengel? Hörst du das, Carla? Wie dein zukünftiger Ehemann mit mir spricht? So unverfroren, also wirklich? Schluss, ihr beiden. Das ist ja nicht mehr auszuhalten mit euch. Ich habe euch ganz bewusst zusammengesetzt, damit ihr euch besser kennenlernt. Es kann ja wohl nicht ewig so weitergehen, dass ihr euch bekriegt. Die Streiche, die ihr euch gegenseitig spielt, sind überhaupt nicht lustig. Und sie treiben mich noch in den Wahnsinn. Okay, dann fangen wir am besten gleich mal an. Irgendwelche Gemeinsamkeiten werdet ihr ja wohl haben. Also, was ist eure Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Oh, na das ist doch glasklar. Die Farbe der Wissenschaft, natürlich. Die Farbe der Wissenschaft? Was ist denn das für ein Kram? Sowas gibt es doch gar nicht. Meine Lieblingsfarbe ist natürlich braun, so wie deine Augen, Carla. Karlchen, du alter Schmeichler. Okay, dann zur nächsten Frage. Karlchen, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Überlegen. Ich würde sagen, der Waschbär. Der trägt nämlich schon von Hause aus eine Einbrechermaske. Cooles Tier. Ein Waschbär, wie primitiv. Mein Lieblingstier ist natürlich die Eule, denn sie steht für Wissen. Wie damals schon der Große. Ja, 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 verschonen uns bitte. Ignoranter Pöbel, du. Wie war das? Okay, 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 gut, 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 gut. Äh, nächstes Thema. Was ist eure Lieblingsbeschäftigung? Oder euer Hobby? Hm, hm, ich gehe gern klauen. Na bitte, da haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Und ihr geht gefälligst heute Abend was zusammen klauen. Und zwar zusammen. Was? Wir sollen was klauen gehen? Zusammen? Carla, du kannst nicht verlangen, dass ich mit deinem Opa zusammen was mache. Der würde mich eh nur behindern. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Du wirst mich behindern. Na, warte du, Fossil. Schluss jetzt, ihr beiden. Das reicht. Ihr geht heute klauen. Und damit Basta. Und ihr werdet es zusammentun und euch gegenseitig unterstützen. Verstanden? Ansonsten werdet ihr auf ewig den Abwasch machen. Ich treffe mich nämlich gleich mit Martina. Brautkleidschoppen. Also, hopp, hopp. Ja, Carla. Nun gut, Karlchen, was hast du denn vor? Sei still, Opa. Jeden Moment wird hier ein Geldtransporter langfahren. Das habe ich neulich im Polizeifunk gehört. Schön und gut, aber was ist der Plan? Ganz einfach. Ich habe Dynamit unter der Straße befestigt. Wenn der Geldtransporter kommt, drücke ich auf diesen Knopf hier. Das Dynamit explodiert. Und der Geldtransporter fährt in das Loch. Boom. Ausrauben. Oha, so kompliziert und primitiv. Ich habe ja was viel besseres. Das hier ist mein Schwebestrahlblaster. Damit kann ich den Geldtransporter, da er magnetisch ist, einfach in die Lüfte erheben. Und wir können ihn ausrauben. Denn die Wissenschaft katapultiert uns in die Zukunft. Ja, ja, lass stecken, Opa. Ich fange dann schon mal an. Und boom. Yay, es hat geklappt. Genau wie geplant. Los, Kaboom, jetzt rauben wir den Haus. In Ordnung. Lass mich noch machen. Schwebestrahlblaster. Feuer. Nein, nein, Kaboom, was machst du denn da? Hör sofort auf damit. Oh Mann, da haben wir jetzt aber echt Glück gehabt, oder? Irgendeine unsichtbare Macht hat uns wieder aus diesem Loch gehoben. Ja, stimmt. Los, schnell weiter, sonst kommen wir zu spät. In Ordnung, los, los, los. Sag du schnell der Zentrale Bescheid. Was ist denn, Karlchen? Es hat doch funktioniert. Ja, ja, das sehe ich. Ganz toll gemacht. Los, hinterher. Oh Mann, hier ist auch noch eine rote Ampel. Los, Ampel. Wir haben es eilig. So, Karlchen, Sie stehen an der Ampel. Das ist unsere Chance. Mit Hilfe meines Tiefschlafgases hier können wir Sie einschläfern und dann in aller Ruhe den Geldtransporter ausrauben. Vergiss es. Mit deiner letzten Erfindung hast du meinen Plan zur Nichte gemacht. Solange die in der Ampel stehen, werde ich die beiden Wächter einfach mit einem sauberen Handkantenschlag auslocken. Los, her mit dem Schlafgas. Was? Wie bitte? Nein, geh weg. Los, her damit. Das funktioniert eh nicht. Her damit. Oh nein, es ist runtergefallen. Oh nein. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich glaube, ich lege mich mal hin. Ja, Martina, ich bin gleich da. Keine Sorge. Und hast du schon eine Idee, wie das perfekte Brautkleid aussehen sollte? Also, ich dachte ja so an weiße Spitze und Tüll. Flügelerdet. Hey, stopp, stopp, stopp mal, Buzz. Stopp. Schau mal. Ist das nicht diese Freundin von Karlchen? Diese Carla? Oh, zeig mal. Oh ja, du hast recht. Das ist sie. Was macht ihr denn hier draußen alleine ohne Karlchen? Meinst du nicht auch, das wäre die perfekte Idee, um ein Karlchen in die Finger zu kriegen? Haha, guter Plan, Johnny. Gib mir mal deine Sonnenbrille. Ich habe da eine Idee. Was ist meine Sonnenbrille? Na gut, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Los, her die Brille und ab nach hinten mit dir. Ja, du wirst schon merken. Ja, das ist eine tolle Idee. Ich würde sagen, so machen wir es. Schönen guten Tag, junge Dame. Entschuldigung. Oh, warte mal, Martina. Können Sie mir bitte helfen? Eine so hübsche junge Frau wie sie kennt sich doch bestimmt hier aus, oder? Haha, sie schmeichler sie. Können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Können Sie mir vielleicht auf dieser Karte hier zeigen, wie ich da hinkomme? Aber natürlich, kein Problem. Zeigen Sie mir doch mal die Karte, dass ich es besser sehen kann. Jetzt, Johnny. In Ordnung. Und hab dich, Süße. Haha, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch Karlchen eine Nachricht hinterlassen. Gut, dann jetzt alles nur noch einladen. Dann haben wir es geschafft. Das sind Sie, Karlchen. Schnell jetzt, wir müssen uns beeilen. Dafür habe ich Folgendes. Vergiss es, Opa. Keine Spielereien mehr. Du schnappst sie ein, ich schnapp mir ein und dann gibt es ordentliche Kopfnuss. Verstanden? Nun gut, probieren wir es. In Ordnung, Chef. Wie gehen wir vor? Machen wir es wie immer? Ich hole den Tresor raus, Sie holen den Kahn und dann geht es rein. Ja, ganz genau. Weiß der Bankdirektor schon, dass wir da sind. Er muss ja schließlich die Ware entgegennehmen. Und wie sieht eigentlich unser Zeitplan aus? Wo müssen wir noch hin? Okay, Opa. Bist du bereit? Ob ich bereit bin? Selbstverständlich, Karlchen. Und los! Hä? Was? Ich sag's nicht gerne, aber... Gute Arbeit, Karlchen. Schnell, dann lass uns den Frachtraum öffnen. Lieben gerne, Kaboom. Ich habe mir schon gedacht, dass wir in genau so eine Situation kommen. Habe folgendes erfunden. Mit diesem Knackometer hier wird die Tür innerhalb weniger Minuten geöffnet sein. Na, lass mal gut sein. Das beste Knackometer, was du finden kannst, bin ich. Also lass mich mal ran. Wow, das nenne ich fette Beute. Hm, ich sag's nicht gern, aber es ist sehr beeindruckend, Karlchen. Du hast die Türen schneller geöffnet, als ich es je könnte. Sehr beeindruckend. No gut, lass uns die Beute einsacken, bevor die Polizei kommt. Oh nein, da sind sie schon. Oh Mist, stimmt. Schnapp dir den Goldbahn, Professor. Ich schnapp mir den Rest und komm nach. Oh, okay, gut, Karlchen, machen wir. Scheint mir, ich hätte dich vollkommen falsch eingeschätzt. Jetzt aber schnell weg hier, die Polizei kommt. Stehen bleiben, ihr beiden. Ihr seid verhaftet. Oh, wie gut, dass du da bist, Toni, zum Glück. Ah ja, Karlchen, natürlich. War ja klar, dass du das wieder bist. Also, was soll daran jetzt bitte gut sein? Schau her, Toni, das hier ist Professor Kaboom, der neulich die Bank gesprengt hat. Er hat diesen Geldtransporter hier überfallen und ich hab ihn für dich aufgehalten, damit du ihn einbuchten kannst. Was sagst du da? Das ist eine Lüge. Hey, Karlchen, du mieser Verräter. Sorry, Kaboom, aber es kann nur eingeben. Na warte, das bekommst du wieder. Das wird ein Nachspiel haben. Aber fürs Erste... Wissenschaft, katapultiert uns in die Zukunft. Gut, dann werde ich mal einen Abgang machen. Ach ja, und wie? Du bist ja förmlich schon festgenommen. Zum Glück habe ich immer einen Notfall-Jetpack dabei. Also dann, adieu. Karlchen, wir sprechen uns später. Tja, eins muss man ihm lassen. Der Mann hat echt Stil. Na gut, dann werde ich mal nach Hause gehen. Ab zu Carla. Carla, ich bin wieder da. Hallo? Carla? Hey, wo steckst du? Carla? Hm, na gut, ist bestimmt noch mit ihrer Freundin unterwegs. Hat sich bestimmt wieder beim Shoppen verloren oder irgendein Brautkleid im Sommerauskauf gefunden oder sowas? Ah, Telefon. Na, wenn das mal nicht Carla ist, die immer sagt, wie unglaublich lieb sie mich hat. Hey, Liebling, wo bleibst du denn? Karlchen, ich wollte mich heute mit Carla für das Brautkleid treffen. Ja, ja, das hat sie erzählt, dass sie euch trefft für das Brautkleid. Aber sie ist noch nicht wieder hier. Wann kommt ihr denn wieder? Das ist es ja, Karlchen. Sie ist gar nicht erst aufgetaucht. Ich, ich mache mir Sorgen. Ich dachte, sie ist vielleicht zu Hause geblieben oder so. Weil, weil, das sieht ihr ja gar nicht ähnlich. Hm, hast du recht. Das ist überhaupt nicht Carla ähnlich. Wenn es um die Hochzeit geht, ist sie da hinterher wie ein Schießhund. Na gut, ich werde mich nochmal umhören. Ich melde mich später, danke. Hm, wo kann sie noch stecken? Sie hat sich doch so aufs Brautkleid shoppen gefreut. Oh nein, nicht der schon wieder. Karlchen, du elender Feigling. Du hast mich an die Polizei verpfiffen. Das kann ich dir nicht verzeihen. Ja, aber leider hat es nicht geklappt und du gehst mir immer noch auf die Nerven. Na, warte's nur ab. Wenn ich Carla erzähle, wie du mich behandelt hast, dann setzt sie dich ruckzuck vor die Tür. Du wirst schon sehen. Jetzt halt mal die Luft an und hör mir zu, Opa. Was, der Alarm? Ui, sorry, Opa, wir müssen das verschieben. Ich muss mal kurz nachschauen, was da los ist. Denk ja nicht, dass du dich vor der Diskussion drücken kannst. Das ist ja die Höhe. Also ich glaube nicht, was die Hyper... Oh, was ist denn das? Das ist unsere Kommandozentrale, Opa. Und jetzt Ruhe bitte, hier ist eine Nachricht. Hallo, Karlchen. Schön, dich wiederzusehen. Du weißt nicht bestimmt, warum ich mich bei dir melde, richtig? Die Antwort ist ganz leicht. Ich habe ein kleines Pläuschchen mit deiner lieben Freundin gehalten hier. Liebe Grüße, Karlchen. Wenn du sie unbeschadet wiederhaben willst, dann erfüllst du jetzt besser meine Forderung. Wir beide werden uns treffen und dann kriege ich endlich dein Knackgeheimnis. Ort und Zeit werde ich dir noch mitteilen. Also dann. Haha, mach's gut. Oh mein Gott, sie haben Carla. Nein, Carla. Los, Opa, wir müssen Carla retten. In Ordnung, Karlchen. Wir arbeiten zusammen, aber nur dieses eine Mal. Für Carla. Karlchen Knack. Meister in allem. An die Arbeit. Jetzt geht's ja an den Kragen, El-Präsidenta. Wenn ihr wissen wollt, ob und wie wir Carla befreien, dann abonniert doch meinen Kanal, indem ihr links oben auf mein charmantes Lächeln drückt. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Also dann, Leute, macht's gut.